Mary, ich habe es zugehauen, als die Bösen aufgetaucht sind und der Schlüssel saß etwas locker im Schloss, also, äh... So ein Scheiß. Äh... Das... Ist doch scheiße. Halt denn noch die Tür auf! Okay, das war's. Jetzt mein... Alter... Jetzt gibt's Haue! Hey, komm, die kommen von überall. Mach schnell, Barry! Okay, den haben wir weg. Aua! Die schmeißen irgendwas. Alter! Mach hin, Barry! Es ist... Die hat er, mach hinne! Oh, wie soll ich denn das... Oh, Mann, ey! Barry! Jetzt mach hin, du Puller! Ja, entschuldigt. Ich krieg den Hammer auf den Sack und der... Sagt sich... Oh, Mann, ey! Und, ey! Oh! Oh! der ist weg das heißt aber noch dass da noch mehr sind und da ist noch so ein kloppy Barry mach hin alter wie soll ich denn das hier über wir haben es geschafft alter wie geil war das wir sind dabei drauf gegangen aber wir haben es geschafft jetzt dass wir auf dem direkten weg sind zum nächsten auf wiedersehen in bright falls schild okay wir fahren jetzt zu endersen fahren ich wusste dass du sowas sagen würdest weißt du was für die sache habe ich echt was gut bei dir wenn wir das überstehen wenn wir es schaffen sollten dann bin ich fertig mit der dunkelheit das kannst du mir glauben du kaufst mir eine sonnenbank und erlebe ich für den rest meines lebens darin was wir haben es doch geschafft warum so ein scheiß alles so alter ja okay hier mach komm komm ja denn mach auf alter mach auf dann mach die scheiß tür auf und lass mich rein du bitte sag mir jetzt dass wir auf dem direkten weg sind zum nächsten auf wiedersehen in bright falls schild okay wir fahren jetzt zu endersen fahren ich wusste dass du sowas sagen würdest weißt du was für die sache habe ich echt was gut bei dir wenn wir das überstehen wenn wir es schaffen sollten dann bin ich fertig mit der dunkelheit das kannst du mir glauben du kaufst mir eine sonnenbank und erlebe ich für den rest meines lebens darin ich bin verrückt aber das macht nichts barry du sagst es er du bist komplett irre du bist bei weitem der verrückteste tür Aber vielleicht muss das sein, wenn man es mit so verrückten Sachen zu tun hat wie wir. Es hilft. So was passiert, Barry. Alice. Sie hatten Alice nie. Sie ist gefangen im Dunkel am Grunde des Sees. Aber sie ist nicht tot. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry, ich kann... Al, ich... Ich weiß, hör zu, ich kann sie zurückbringen, kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken, das Dunkel. Was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Al, ich glaub dir ja. Dass es Thomas Zane schon passiert und auch den Andesons. Ich glaub dir, du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andesons wussten Bescheid. Aber sie waren von den Pillen so zugetröhnt, dass sie es mir nicht erzählen konnten. Aber sie haben es aufgeschrieben. Eine Nachricht auf ihrer Farm. Wir müssen sie nur finden. Pass auf! Gott verdammt, er spricht mit mir! Ich hatte meine Waffe verloren. Barry war nirgendwo zu sehen. Keine da? So ein Scheiß. Keine Waffe. Keine Funzel. Oh Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich hab versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab noch. Mann, was für ein Sturz. Keine Sorge. Dein Starschnitt ist noch ganz. Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Interessant. Oh hell, hier unten bewegt sich was. Barry, ein Besessner, nimm eine Leuchtfackel. Ja. Ah. Ist das in Ordnung? Das war also die Exklusion. Er hatte eine Leuchtfackel. Die fette Händis in Form. Zieht sie euch rein. Super geil. Ja, da, da, da. Warte auf mich, okay? Oh, kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen. Hab alles im Griff. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Da gebe ich ihm recht. Allerdings, was soll er tun? Er hat weder Waffe noch Funzel. Das heißt, uns bleibt nur das Rennen. Bumfeld. Alter Vater. Das soll uns wahrscheinlich hier lang leiten. Oh, scheiße. Oh, Glück gehabt. Oh, shit, Mann. Das könnt ihr nicht bringen. Einmal auf der Skriptseite. Hier drinnen. Hm. F5. Lesen wir noch die. Walter. Auf der Anderson Farm. Wo der Anderson Farm anhielt war, Walter erleichtert. Das Vergessen war nicht mehr fern. Die Brüder würden in der Klapse eine Flasche schwarz gebrannten nicht vermissen. Dann sah er den Mann auf der Veranda und wusste, wer das war. Er fuhr um sein Leben, in dem Wissen, dass es nutzlos war. Er merkte erst, dass er weinte, als ihm die Tränen die Sicht nahmen. Wow. Das klingt übel. Ich muss allerdings immer noch sagen, ich fand den Hinweis mega. Dahinter kommen wir nicht lang. Mist. Das heißt, hier ist kein Ausgang. So ein Scheiß aber auch. Hm. Ähm, jedenfalls den Hinweis, dass es in seiner Hand explodiert ist, fand ich echt cool. Immer einschalten. Man kann nie genug Licht haben. Ah. Okay. Hackengas. Scheiße, nein. Immer im Zickzack. Immer im Zickzack. Zickzack und duken. Zickzack und duken. Ihr kennt das ja. Okay. Es ist sehr dramatisch hier. Aua. Okay. Da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir hoch. Da kommen wir nicht lang, wollte ich sagen. Hier kommen wir aber hoch. Ah. Interessant. Eine Manuskriptseite, auch die verleiben wir uns ein. Nightingale, Fast Wake. Agent Nightingale starrte den ohnmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer. Aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020